So, willkommen zum Community-Server von Kashiro in Minecraft und ja, heute mit, ähm, einmal Radde, Hallo, einmal Jerry85, Servus, und ja, die beiden haben was vorbereitet, ähm, Wir? Ja, ihr beide, wo ich gerade schlafen war und die haben die ganze Nacht durchgemacht, so zu sagen, nur um irgendwas fertig zu bauen und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, fertig sind wir nicht ganz, ihr musst nur noch schnell was vorbereiten, die letzten Meter. Oh ja. Zeig doch du schon mal den schönsten Tunnel der Welt. Den schönsten Tunnel der Welt. Oh man. Tada. Ja, der ist aber noch nicht fertig, also. Oh ja. Also, wir haben uns überlegt, wir bauen dir eine Zaun-Zuchtanlage. Zaun? Jetzt züchtet's Zäune. Ja. Ich hab hier noch grad hier die letzten Meter der Stromleitung für die Pop-Maschine zu legen. Die Pop-Maschine. Ja. Jo. Äh, Radde, ich wär dann soweit. Soll ich den Knaller zünden? Den Knaller. Ja. Irre. Wtf ey. So. Bei solch einem Anblick poppen sich die Zäune weg. Wtf. Fuck! Hau, sieht auf jeden Fall echt geil aus. Alter Schwede. Irgendwie es einmal rum jetzt geht, ey. Ja, weil ich gerade abgeschalten hab. Ja. Möchtest du sehen, dass das für eine Technik ist? Oder dahinter steckt, genau gesagt. Wieso, wie viel? Zeig mal. Ja, komm mal mit runter hier. So, über den Zaun drüber, ins Loch hinein. Ach, jetzt seh ich die Zäune poppen. Ja, ja, der Anblick ist ja zu Ende, deshalb poppen sie auch nicht mehr. Oh mein Gott. So zwei, drei Meter Redstone. Eins, zwei Redstone Repeater. Eins, zwei, echt? What the fuck? Und ja. Ein, zwei Kisten, neben ein, zwei anderen Kisten. Oh mein Gott. Ja, und wer auf dem Server unartig ist, der wird bestraft mit sämtlichen Kisten zu befüllen. Ja. Ja. Seh ich gerade. Ja, das ist halt noch eine Heidenarbeit, die Kisten noch randvoll zu machen. Mhm. Mikrofon muted. Sound muted. Wow. Erstmal T.S. gemutet. Wir sind ja gerade im T.S. und ja, das war's eigentlich für's erste Let's Show von dem Feuerwerk. Ähm. Ja, es kommt noch viel mehr vom Empire State Building, von dem Tower, der auch sehr nice aussieht. Ähm. Wir haben noch ein Community Gebäude, was auch echt geil von innen ausgestattet ist. Und ja, also ich glaub die Let's Show über den Empire State Building, der kommt erst später, weil das ist gerade erst fertig geworden und von innen ist da noch nicht sehr viel drin. Ähm. Das Community House und der Tower, die sind fertig von innen. Das ist sogar ein Game Tower, wo ein kleines Spiel vorbereitet ist, wo man, wenn man sich echt dämlich anstellt, ähm, teilweise mehrere Stunden drin ist, weil das ziemlich oft in den Tod führt. Und wenn man oben ist, kann man sich seine Spielerrechte verdienen und ja, dann sozusagen mitmachen. Aber man spawnt direkt vom Tower und muss dadurch und ja, das wird auf jeden Fall geil, wenn das fertig ist. Die IP von dem Server, die werde ich unter die Beschreibung packen und ja, ich würd mich freuen, wenn ihr den Server joint. Also bis dann.